Hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noah. Wir sind mittlerweile wie auf dem Widdelshire Revier. Müssen jetzt irgendwie... Ich kenne Ahnung, wohin wir müssen. Ich bin überfragt. Aber ich denke, ahnung, wir müssen hier runter, oder? Ich nehme mal an, wir müssen hier runter. Hey, Cole. Du wirst keine Popularität-Kontest abends gewinnen, du weißt. Hast du was? Ich weiß nicht, wer wir wurden. Ah, okay. Help me out. Wo bist du? Ich denke, du bist ein guter Kopp. Aber ich versuche, sich aus der Politik zu bleiben. Jeder versuche, sich aus der Politik zu bleiben, Ray. Also nicht auf mich auf das Wort. Aber ich hoffe, dass Parker den Job wird und sich hierher schlafen. Ich habe deine Fotos. Du kannst den Magnifizier nutzen. Es gibt ziemlich viel Details. Okay. Sehr lustig. Ich denke, du bist richtig, Ray. Wir haben unseren Mann. Wir nehmen eine schöne Fotos, Phelps. Ich denke, es geht um einen 45. Oh, ist das etwa Phelps? Interessant. kann ich hier was machen wir schauen uns das natürlich alles an okay next is photo Howard Hughes millionaire industrialist aviator and playboy and Vernon mates x dirty cop and business fixer I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge ja es war nichts verdächtiges oder die krawattenageln und die ist mir sofort ins Auge gefallen gut das nächste foto excellent photography Tomoko so Tomoko hat the goods on mcwellen das war wohl alles und das nächste foto das straßen so ein straßenschild west muss ja das straßenschild erkennen west was mit west und das nächste foto gut gut jetzt die straße naja keine straßenschild hier ok Cole kannst du mir mit einem kleinen experiment benutzen die eyedropper in front of you one drop from each of the bottles on the desk place the drops in the petri dish und warum gehen alle in deckung oh gott was haben wir denn da was haben wir hier äh Leinöl 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 ok okay weiter geht's unseren hut haben wir jetzt wieder es ist nicht wohin wir müssen keine ahnung alle alte dame wenn ich ach da ist der parkplatz das ist immer so verwirrend mit den ganzen ja in den ganzen revieren wo ist unser auto da ist unser auto unser neues modernes auto ich habe keine ahnung wohin wir fahren müssen haus auf foto ist unser nächstes ziel oder was so haben wir eine pistole in der hand noch mehr ja sein ja transport airlines nach gran bahama das sonst hans Hangstrom fliegt heute auf TWA. Hangstrom ist tot, Cole. Warum lasst du dein Ticket hinter dir? Max ist geschnitten. Hm? Was haben wir denn da? Der Rufstämiker. Was haben wir noch? So sieht er aus. So sieht er aus. Hangstrom und McClellan sind die gleiche Mann. Der Gas, Cole, der Gas. Wir müssen jetzt raus. Halt den Gaslight und wir sind raus. Wo ist der Gaslight? Ach so. Wie geht's der Gaslight? Wir sind auch raus. Was? Da schon, du bleibst. Komma, er ist nicht von uns ablässig. Gutban! Oh, der thep- Ah, super! Wow. Dumpf! Dumpf! Du musst mich näher bringen! Lass mich in eine Schmierwelle, komm! Lass mich in eine Schmierwelle! Woah! Wie stark ist das denn? Verdammt! Die Schmierwelle, komm! Schmierwelle, du hast die Sicherheit! Bleib auf die Mase! Mach sie weg, wenn du musst, aber bleib auf den Schein! Ich gehe für die Tide! Das ist ein Schmierwelle, das ist ein Schmierwelle! Du hast mich auf den Fisch! Los geht's! Ahhhh! Verdammt! 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 Und er ist weg! Verdammt! Verdammt! Er ist verschwunden! So ein Dreck! Verdammt! 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 Entschuldigung! Oh! Verdammt! Falsche Seite! Oh, c***! Falsche Seite, Cole! Stay on me! Knock them off the road if you have to, but stay on that f***er! I can't get a target that isn't there, Phelps! I can't get a target, I can't get a target, I can't get a target, I can't get a target! Verdammt! Aaaaahhhh! Verdammt, wir haben ihn fast! Gut geparkt! We're gonna have to go through all the security men first, I hope you're ready for a fight, Cole! Did you have to go through all the security men first? I was going through all the security men and the enemy, Toreal! Aber do I have to go through all the security men first? I'm leaving the security men first, oh! Wir haben ihn fast! Wir haben ihn fast! Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Boah! Boah! Oh Gott! Da haben gerade Leute vom Militär erschossen. Boah! 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 Na komm jetzt, Cole! Cole, rennen! Boah! Boah! Das war's. Stay in cover! Stay in cover! Stay down! I'm covering you! You're gonna be off the run! You're gonna be off the run! What the? Whoa! That guy! That guy! Oh, I'm fine! Whoa! 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 Das war's. So, shit! Hau wohl! Boah, geschafft. Yes. Boah, was eine Schießerei hier. So, der Schießerei an der Chemikal-Plan hat, er schießt seine Magik-Formula zu einer anderen Firma in Skipping-Town, aber er schießt sich um, bevor er zu können. So, warum das tot tot in der Refrigerator? Mabes, Kapitän. Er war eliminiert alle Kompetenzen für den Prozess. Als es bang ging, er verletzt die Apartment, um alle Verbindungen zwischen Hughes und der Pflanze. Mabes, richtig. All right, I remember Vernon Mabes. Guy hat gut, honest cops, hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the Spruce Goose and half the city exploding, I just made the case of the decade. Puh, das wäre geschafft. Oh Gott. Ah, aber ein... Warte mal, eine Frage habe ich falsch gemacht. Und nur ein Hinweis weniger. Oh, schade. Nun gut. Ich beende hiermit die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Tschau. Schade. Schade. Schade.